Super Meat Boy Auf jede gute Runde Resident Evil folgt eine bessere Runde Super Meat Boy ich nehme das Ganze jetzt schon zu zweit mal auf bei mir hat es gerade ein bisschen geruckelt weil ich noch nebenbei rendere und ja ich habe wieder richtig Laune auf Super Meat Boy mal gucken wie lange das wieder hält ich denke mal nicht so lange denn jetzt wird es hier nämlich echt ein bisschen heißer das Ganze nehme ich direkt nach Röseliebel auf und ja ich dachte mir an so einem Tag darf Meat Boy einfach nicht fehlen fuck ich bin zu weit gesprungen das letzte Mal habe ich ja noch ausschnauzig behauptet dass die Level nicht so schwer waren was sie bis jetzt auch wirklich nicht waren also da habe ich ja gar nichts zu Unrecht gehabt verdammt das ist Timing ich habe das einfach nicht drin und fuck ich kann ja ich kriege das nie im Leben hin nein ah genau was wollte ich jetzt noch sagen genau so großschnauzig hey wieso springst du denn nicht so großschnauzig wie ich war habe ich letztes Mal noch die hä ich kriege den linken Sprung nicht hin was ist mir da verkehrt kann ich eigentlich nee kann ich nicht boah die kommen so schnell runter ich will gar nicht wissen was hier an der Dark World passiert ach piss aus meinem Arsch ich reg mich jetzt schon wieder auf das ist immer noch so ein Level hey warum wieso springst du da nicht dran Meat Boy was ist denn dein Problem jetzt fuck so machen wir es oh scheiße ich muss zu Hause ich hasse diese Level aber ich glaube dass ich schon ziemlich nah am Ende bin also es gibt ja dann noch ich weiß nicht ob es Welten sind die von Spielern entwickelt wurden ähm habe ich außerdem schon mal reingeguckt boah ich darf jedes Mal ein Stück zu weit ja da habe ich außerdem schon mal reingeguckt und zwar sind das ganz schön krasse Welten und ich weiß auch noch nicht ob ich die irgendwann mal versuchen werde ich wachse mir stark zu bezweifeln dass ich da überhaupt hinkommen werde boah das ist doch nur noch der letzte Meter ey da muss ich nur noch einmal stehen bleiben da hatte ich die Sache eigentlich gegessen ein jedes Mal an derselben Stelle ey komm jetzt hör aber auf das Spiel regt mich jetzt schon wieder kurz hier auf so jetzt stehen bleiben und geschafft easy total simpel total entspannt hier kommen die Feuerkugeln hingegen wie auch immer ich die jetzt gedocht habe ich weiß es nicht krass aber wenigstens lassen sich immer neue Sachen einfallen finde ich echt gar nicht so verkehrt so bleibt es schon mal nicht jetzt halt nicht immer nur die Sägen sondern halt auch hier mal fuck diese Feuerkugeln ist schon mal was anderes das ist echt schön ah das Spiel nicht so einträglich so jetzt jetzt aber easy peasy lemon squeezy das ist ja geil sorry gerade noch angesprochen neue Ideen Portale wie geil ist das denn Leute jetzt mal ohne Spaß das wäre das letzte womit ich gerechnet hätte jetzt hier noch so eine Portal-Scheiße zu sehen okay das ist wohl doch nicht so leicht wie erwartet ah machen wir es einfach so das geht halt naja so nicht ganz ui ich bin immer noch sehr sehr zuversichtlich dass ich das jetzt hier einfach trocken werde genau und ich warte jetzt hier einfach bis das Ding unter mir ist genau jetzt fahr rüber ganz entspannt Bandage get wir machen das Ganze jetzt natürlich noch mal jetzt ein bisschen schneller ah da kann ich gleich abspringen mal gucken ob das jetzt hier zu hängen läuft ok nee ah fast easy er klatscht hier jetzt weg aber du musst das Portal jetzt also zweimal benutzen praktisch so so nein ich wurde zerstört ich wurde nee quatsch das ist mal verkehrt rum aber finde ich ist auf jeden Fall echt eine coole Idee so finde ich echt gut dass ihr sich da auch dahingehend was neu sein können lassen ne ne das reicht zu langer meine Nase das regt mich so auf ich hasse es kalt zu sein Leute geht euch das auch so wenn euch ständig die Nase läuft alles nicht so cool ist komm schon so jetzt brauche ich den noch ab und ich springe vorbei wie immer eigentlich ich muss das Spiel unbedingt mit Floh spielen schau 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 ich springe doch jetzt mal hey beatboy wenn ich jetzt hier ergern wird das war ziemlich schnell yes 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 jawoll easy oh krass krass wie funktioniert das ich verstehe das jetzt hier gerade nicht aaaah ok das Prinzip habe ich verstanden aber das ist nicht schwer ok das muss ich weg das ist nicht schwer das ist gar nicht schwer das ist eigentlich echt billig sogar ne das ist von der verkehrte Richtung das ist so billig dass ich es nicht schaff so billig will ich will es gar nicht schaffen ich bin ehrlich weil das zu einfach ist das ist mir viel zu erhalten so jetzt muss ich hier nämlich und jetzt hier das ganze noch mal easy so was haben wir hier was ist das Laser ey das wird ja immer besser cool ey mach ich die Geräusche wie geil Laser so jetzt wieder hier rum wie hat sie denn damit gerechnet dass hier noch Laser kommen also so dauerhafte Laser wir kennen ja aus den Leveln davor diese äh Laser die immer so kurz kommen jetzt gibt es aber noch solche Laser weil ich glaube dass sie echt ganz schön scheiße sein kann weil ich glaube dass sie echt ganz schön scheiße sein kann weil ich glaube dass sie echt ganz schön scheiße sein kann so ah da fällt sicher runter ich merke grad ich hab schon einen Fehler gemacht ich sehs gerade ok ok eiii eiii ich glaube das wird nachher noch richtig hässlich das Spiel fuck jetzt hatte ich's fast ich glaube die Dark World wird hier noch richtig schlimm ich weiß gar nicht wie gut ich sie jetzt hier noch hab sehr ehrlich Leute schaff ich schaff ich schaff ich yes easy simpel wie viel Zeit hab ich gebraucht 11 Sekunden darf man nehmen 1150 sogar und ich habe genau 981 gebraucht simpel ey das ist schon cool wie gesagt hä? ach so muss ich jetzt hier warten verrückt verrückt ich bin grad so fasziniert von dem Level Design cool was gibt's hier? what the fuck is this? na genau er schafft das komplette Level nein ich hab so eine schlimme Vorahnung was hier gerade abgeht hab ich's leider mir ein schwarzer so böses ich werde die Leute die das hier die das schon gespielt haben die wissen ganz genau was noch auf mich zukommt aber das ist echt geil ja ne aber ich glaub das wird mal richtig gut sein was hier passieren wird was sagen wir die Laser auf ihm? da ist ne Bandage achso da bin ich nicht so gut muss ich da hin? muss ich hochspüren oder? da kommt der Laser genau da ist Scheiße ne geht das überhaupt? ich verstehe praktisch das verstehe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht ach ich darf noch nicht so schnell sein lol was ist hier los? ha 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 noch mal den Scheiße noch ne alter was ist das? das richtige wie soll man das nennen? ok das war jetzt nicht ganz so schwer mein Auge juckt äh hä hä he ue hm 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 ach so das ist mal da und mal nicht Ah, da kann ich gleich links bleiben. Ah! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, die kommt zurück! Oh, lol! No! Ah, komm schon! Zack! Aber ich muss leider immer noch sagen, dass das hier nicht schwer ist. Also, ich bin der Meinung, ich hab schon wieder so krasseren Scheiß gesehen. Das hier. Ja, die sind wohl halt, ne? Oh Mann! Hm. Hab ich jetzt eigentlich... Was geht hier? Ui! Da kommt nicht. Doch! Haha! Nein! Geil! Ja, ich hab grad gefreut, dass ich den Winke dodged bin. Und dann kommt aber noch eins angeflogen. Hier bin ich. Alter! Das ist krass! Ist halt gefährlich, dass die dann nochmal in ganz viele einzelne zerfliegen. Aber ich bin der Meinung, das kann man so schaffen. So. Kommt noch eins! Da kommt noch eins! Ja! Ja. Wie gesagt. Dark World. Ich freu mich schon. Ich bin zu greedy gewesen! Nein! Na komm doch, ich bin sie dir entgegen. Bam! Easy. Ich darf nicht so weit nach rechts springen. Dann kann ich da ganz einfach dodgen. Ja, zack. So. Jetzt noch ein kleines Stück nach rechts. Genau so. Ah! Kann ich da eigentlich auch... Das geht bestimmt auch. Ne? 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 Das muss gehen. Das ist jetzt vielleicht... Das ist jetzt vielleicht... War nicht so schlecht. Ah. Ja. Hm. Kann man machen. Muss man nicht. Sag ich mal. Ist das so schon wesentlich angenehmer. Was zur Hölle ging hier ab? Haha! Ich bin einfach der Master auf Deutsch. Dodging. Kein Problem erkannt. Achso, ich muss jetzt halt gestorben. Ja. Ja. Das ist denk ich auch machbar. Ja. 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 Ah. Okay. Das ist vielleicht doch schwieriger als erwartet. Muss ich eigentlich nicht lernen. Ich muss nur einschlagen. Oh! Da hat sie mich gefressen. Ja. Weil wenn man das so macht. Ja. Man muss das immer so teilen, dass es genau in der Richtung kommt. Genau in diesem Ding. Genau so. Ah. Das war nicht ganz. Das war ein bisschen zu schnell. Aber das war dumm. Da hab ich gar nicht reagiert. Ja. Und jetzt. Und. Und. Fuck. Da sind wir auf einen mehr. Ah. Ein Stückchen zu schnell. Musik. 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 Geschafft. Was ist hier los? Überall diese Stacheln. Das ist jetzt gar nicht so richtig. Mitgeschnitten. Hä, wo bin ich denn? Okay, das war jetzt schon... Wo bin ich? Ach so. Hätte ich schneller sein müssen? Hätte ich? Ja, definitiv. Gut, also gleich erstes Level stehen bleiben. Zweites Level Lava. Ja, extrem schnell sein. Und springen nicht vergessen. Wie jetzt hier und hier zur Flügelsprung. Sorry to the focus. Sorry. Das willst du mir nicht erzählen, dass man das schaffen soll. Oder? Ach, spring doch, Meatball. Spring. Oh, meine Nase geht noch so hardcore auf den Sack. Komm schon, komm schon. Jetzt hier. Mann, das ist doch nicht schwer, sich da festzuhalten. Ich bin jetzt mal ehrlich. Ich bin langsam. Ey, das regt mich schon wieder auf, ey. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Einfach mal... Ach so... Ach so nicht schwer. Ich dachte jetzt... Ich dachte jetzt... This the plan. Ist der Plan? da muss ich warten das geht nicht anders doch ich bin noch nicht schnell genug gewesen er landet auf dem kleinen plateau das haben die mit absicht dahin gemacht definitiv das war jetzt genau darauf darf ich nicht landen das ist mir schon wieder passiert zu langsam zu schnell zu professionell ich will gar nicht wissen was das hier in der dark world leider ehrlich nicht back for mercy er springt dann aber auch nicht nochmal zu schnell ach sinnlos das ist eine scheiße hier Ich hab fast sogar durchgesprungen. Und den nächsten an der Speedrun, made by Shoko. Easy. Dieses Spiel. Ja, der war gut. Hä, bist du behindert? Mann, ich hatt's doch fast. Der kommt mir schon los in dir. Hier. Das dauert zu lang. Achso, jetzt haben wir's. Scheiße. Ey, das ist eine Scheiße hier. Ja! Du musst das auf jeden Fall hier, äh, Geschwindigkeit, äh, das ist ja sowieso das ganze Spiel. Oh ne, oder ist das dein scheiß Ernst? Natürlich, das Vieh darf natürlich nicht fehlen, ey. Du musst ja auch noch niesen. Ich hasse es, kann man so sagen. Wie die Pest. Ich hab's gut. Kommt nix. Ja. So. Wir haben die erste Welt geschafft, also geschafft in dem Sinne von, wir haben keine Bandages eingesammelt, aber überall Grade A. Nicht überall, ich seh's grad. Das mach ich jetzt noch fix. Was ist hier, was ist das? Hab ich da keinen Grade A gelegt? Ich hab hier keinen Grade A, weil ich vorhin nicht aufpasst. Leute, warum sagt ihr mir sowas nicht? Hätte ich jetzt fast übersehen. Zumindest bis, oh fuck. Bis jetzt ist Grade A ein realistisches Ziel. Noch mal neun Sekunden dafür. Na, Scheibe. Nee, so schon mal nicht. Komm ich da hin? Nein. Boah, es fliegt direkt im Boden mit mir mit. Und mich dann total zu krass. Schlecht. Was hört sich an, ey? Komm mal noch. Du musst noch mal. Du musst da noch mal ran jetzt. Und da ich von Natur aus neugierig bin, hier brennt's schon, möchte ich mir jetzt einfach mal nur, bevor ich den Cut setze. Level eins von der Hölle in der Dark World angucken. Guck. Just for fun. Und da. Ja, ne, ist klar. Ja, ne, ist klar. Ja, 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 ne. Ja, 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 ne. Der Beat geht gut ab. Ach so, ich hab das Schiff vorgekommen. LOL. Wie soll ich das machen? Ich weiß gerade nicht, wie ich das jetzt hier... Boah, da kommt auch noch Lava. Ja! Sieht ja eigentlich so an sich ganz einfach aus, ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Hat viel Spaß. Ach, scheiße. Wahnsinn! Du hast dir das Video bis zum Ende angeguckt und mir ist gerade der Text eingefallen und du hast Zeuge dieses legendären Outros. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einfach ein Feedback da oder abonniere uns sogar, wenn wir dir gefallen haben und schau dir einfach mal die nächsten Videos an. Oh, ein dicker Versprecher. Aber das macht nix. Ich mach einfach weiter. Ist mir ja scheißegal. Und hier... Aha, genau, hier. Die fetten Playlists, Junge. Guck dir die Playlists an, hier. Schau einfach mal durch, was dir gefällt. Wie gesagt, abonniere uns, falls wir dir gefallen haben. Du kannst uns auch gerne deine Kommentare sagen, ob wir gut waren und was wir verbessern müssen. Und ja, das war's dann. Subscriben kann er auch noch. Siehst du den Button nicht? Nein. Für was bezahl ich dich eigentlich, Alla? Alles ganz vergessen. Raste mal nicht aus, gell. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao. In der nächsten Folge auf BTV.